Ich bin ja Physiker und physikalisch gesehen steht die Zukunft eindeutig fest. Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass es mit unserem Universum unaufhaltsam bergab geht. Und spätestens seit Rammstein von Heino gecovert wurde, ist das jedem klar. Allerdings besagt der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, du kannst den absoluten Nullpunkt niemals erreichen. Und das macht Mut. Egal wie beschissen es dir geht, es ist immer noch Luft nach unten. Egal wie beschissen es dir geht.